Ja, ganz schön ruhig hier auf der Bundesstraße Richtung Hannover. Hier ist fast gar nichts los. Und da hinten, das ist die Bundesstraße 1. Da seht ihr es blinken. Ja, und warum ist hier auf der Strecke nichts los? Das zeige ich euch auf der anderen Seite. Also die könnten ja 45 kmh fahren, aber ich glaube, die fahren 10 kmh. Ah, um. Um Elze momentan kein Staubflusen hinterm Sofa herzuholen. Ah, hier läuft gerade gar nichts.